andere Abteilung, so automatisch Antwort-System, weißt du? Ja. Die können das programmieren, weißt du? Alles, was mit Land IB kommt, weißt du? Wird automatisiert. Wahnsinn. Nimm die Werbung da weg. Ah, ist da noch Werbung? Hast du gar nicht gesehen. Oh, das muss ich ja nicht sehen. Ne, sehe ich auch so. Wenn du so spinnst, ne, lieber nicht. Da ist immer noch der Text von vorne drin. Was für Text? Hast du OBS nicht neu gestartet? OBS? Ne, war das? Das ist immer noch der Text vom letzten Rennen. Ja, ja, ich muss das 1, 2, 3 machen, dann geht es weg. Nein, jetzt in der Richtung. Ja. Oh mein Gott, Dave. Ich weiss nicht, wie stark das ist, aber ich muss erster werden. Das erste Grid. Es ist kein schwacher Street, weil der Pablo Love ist ein 2.700. Nein, was ich sagen wollte. Ich weiss nicht, wie stark das 1. Grid ist, so meine ich. Ach so, ja. 1. Grid ist wahrscheinlich 3.500 aufwärts. Ja, da musst du schauen, dass du ein gutes Quali hast, hey. Ja. Ich bin mit meinem Eireding der Höchste. Ja, ja. Schüter. Krater. Weisst du, was ich mache? Meistens beim Fahren, ich vergesse es nicht mal, dass bei GTA kein Scheibenwischer dran ist. mache ich aus Versehen mal den roten Knopf, wie bei Talara. Ah, ja, ich weiss, was du meinst. Ich auch. So Gummi, wenn die auf Scheiben kommt, das ist aber automatische Reaktion irgendwie. Ja, ja, ja. Und das könnte kommen, wenn der Regen kommt, dass man auch einen Knopf belegen muss mit Scheibenwischen. Ja. Trink nicht so viel, sonst wirst du noch fett. Ich bin nicht fett, Mann. Ich finde, nur muskulär sind mal ein Fitnessstudio. Ja, ja. Was ist das? Deine Frau hoch und runter eben? Nein. Gewicht. Und warst du das letzte Mal? In einem Fitnessstudio. Vor dem Spiegel stehen ist nicht Fitness, gell? Nee, aber hoch und runter laufen im Keller ist... Nee, du weisst ja, ich wollte eigentlich mit dem Haus komplett fertig werden. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe jetzt deswegen ein Fitnessstudio einfach sausen lassen. War mir wichtig, dass mit dem Haus fertig wird, weisst du? Und außerdem ist es gewisse Fitness auch im Haus bauen, weisst du? Oder Umbau. Ja, das kenne ich. Keine Ahnung. Bei mir war das schwerste immer der Kugelschreiber um... Unterschreiben, ja. Oh, und? Das bauen wir noch ein. Und Maus-Batterie wechseln wahrscheinlich. Die hat keine Batterien mehr, Mann. Eine Tastatur? Nein, die beamt auf mit der Bärme in meiner Hand. Oh Gott. Das ist hochmoderne Logitech-Maus. Ja. Oh, jetzt ist es 40 Grad hin. Vorhin war es 43, 44, glaube ich, gell? Vielleicht Winter langsam hier. Also, eine tiefe 202 oder 201, ha? Ich geb mir Mühe, echt. Jetzt kotzt mich ein bisschen an. Ja, jetzt muss ein gutes Quali haben. Jetzt hör auf, quatschen und schau auf die Strecke. Alles klar. Oh, genau. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. All right guys, let's hop up here on the wall. Get ready to kick this thing off. Let's go have some fun today. No matter what it gives us, man, we're going to make the best of our day. Left side on the restart. Pits are closed. Dave, are you still there? Yeah, yeah, yeah. Good run. Thank you. The filter is good. Yes, yes, yes. That's right. Good luck guys. Good luck guys. Good luck guys. Good luck. Good luck. Good luck everyone. Good luck. Good luck guys. Good luck guys. Good luck guys. Good luck. ja kann man jetzt auf sieg setzen warte du hast doch noch zeit bis zum kann es sein dass irgendeiner nicht erschienen ist okay dann ist der vorstelle nur zu alles abstand welcher ist sie frankreich nee das ist ein teer italienisch oder warte schauschen schristina Oh, sweet babies. Litauen also ehemals Russland kann sein dass er vielleicht mit der Karte von einer Freundin bezahlt kann sein könnte auch ein männlicher Name sein Justinas ja so nicht so langsam nervös bisschen hoffentlich sind sie alle anständig immer diese Angst kann man die letzten drei Rennen wurden mich nicht berührt doch die letzten ja jetzt wie viel letzte 25 Rennen so Virtual Raving danke fürs Follower und Dankeschön Thanks corny 81 schreibt ihr seid ja immer noch Pegasus ja klar wir bleiben nach Pegasus Corny oh jen Dave phrasing schreibt natürlich ich kann mich quick radio check please Es kamen keine Angebote für uns. Ja wie jetzt, was ist mit dem schlechten Image? Oh, thank you, Abby. Let's see. Left side. Still there. Still there. Clear. Das stimmt nicht, habe mit dem Chef gesprochen, der mir das schrieb im Endurance Rennen ist ein ehemaliger Fahrer, der aus dem Team geschmissen wurde, also purer Neid. Das stimmt nicht. Geh schnell an dem vorbei, dann kannst du dich absetzen. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. 2 Minuten 7.584 Baby, now get that rhythm, let's go get that other one. Spill nicht zu lange mit ihm. Der ist auch gut. Ich versuch es. Wenn er innen freige, gehe ich innen. Auf der Seite. Es ist noch da. 11 Minuten zur Repairung. Es ist noch da. Ich werde es zurück. Und jetzt ab. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Du hast konstante Zeiten und du gewinnst das Ding. Ja, ich muss jetzt weniger Chat gucken. Dann sage ich, jetzt konzentrier dich und bring das nach Hause. Ja, ich muss jetzt wiederholen. 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 Ja, ich muss jetzt weiterholen. Nice run, fellas. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hai hai ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jupp. Flakus, what are you doing, man? Ach komm, das machst du. I need to know the other people. I need to know the people that I should. Ab Platz 3 verlieren sie eine Sekunde pro Runde auf euch. Das ist Wahnsinn, wirklich eine Sekunde pro Runde. Eigentlich ist der einzige Gegner im Moment der hinter dir. Das ist Wahnsinn, wirklich eine Sekunde pro Runde. Das ist Wahnsinn, wirklich eine Sekunde. Das ist ja eine Überrunde dahinter von mir. Ja, sieht so aus. Hat seitdem wenig Zeit verloren. 2 Minute 3.719. 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 Weil ich kann nicht viel reden, ich will vollkommen zu reden, Dave. Ja, hab ich doch gesagt, bleib jetzt unbedingt konzentriert, das ist ein, du kannst es gewinnen. Ja. Alex Bries, schreibt, reden kannst später. Ja. Hast recht. Ja. 2.3.4.2.4. 4.4.3.4. 10. 10. 10. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt waren auf jeden Fall alle drin, lassen die drei vielleicht von dir da. Also dein Gegner ist 39 Sekunden hinter dir, das sollte eigentlich passen. Ja, ich hoffe es. Ja, gestern unten, wo du allein warst, war nicht so schnell, aber mal schauen. Ja. Mal schauen, wo ist er? Da ist er jetzt im Wald. Oh mein. Ja. War bei mir auch so, siehst du? Ja. 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 Richtig. Ja. 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 Und. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Keep it coming. Right side. Still there. Clear him, clear. Go 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Scheiße, letzte Runde 2, minute 3, point 4, 5, 1 Keep an eye on that pit road, my man, you know, might be coming soon They know you're coming Left side Thanks Clear, clear Clear, clear Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn ihr ihn besuchen würdet, würde ich auch freuen, weil er ermöglicht mir das Ganze hier. Er macht viel Arbeit an meinem Computer, muss ich sagen. Ich bedanke mich recht herzlich bei ihm auch. Und hier ist die Werbung an seiner Seite, Twitch-Seite. Und das war wirklich gutes Rennen. Gerne, gerne. Ich denke mal, ich weiss nicht, ob ich heute noch fahren würde, weiss ich nicht, kann es sein. Aber spätestens am Sonntag würde ich mich freuen, wenn ihr alle dabei werdet. Endurance-Rennen, 15 Uhr geht es, glaube ich, los, oder Dave? Jo. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen, hat mich gefreut und danke fürs Followen. Und wie gesagt, das Ganze bedanke ich mir auch beim De-Phrasing, dass er mir sehr viel hilft in der Sache. Dave-Phrasing schreibt, Alex, wir haben alles verloren beim Betten. Ja, beim nächsten Mal, wie sie dir besser wetten. Ne, ich fass. Aber, äh, wie gesagt, ist das eigentlich... Kein Verlass auf dich. Schreib, kein Verlass. Ist das eigentlich weg jetzt mit dem, äh, Bett? Dave, ist das schon durch? Ja, kommt eigentlich gar nicht drauf an, weil wir haben beide auf Sieg gesetzt. Ah, Top 5 hättet ihr wetten sollen. Top 5. Naja, der Sieg war eigentlich machbar. Ja, aber der war gut. Also, der ist auch gut. Der war wirklich gut. Ich sage ja nicht, dass er schlecht war, aber... Aber mit dem zweiten Platz muss ich auch zufrieden sein. Natürlich. War wirklich ein Zweikampf. Das ganze Rennen war ein Zweikampf mit dem Jele. Sauber Sache. Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Wie gesagt, Leute, danke. Ich danke für die Follower und für die Zuschauer. Ich bedanke mich und spätestens würde ich sagen, äh, in Endurance, aber ich weiss nicht, ob ich heute nochmals fahre. Das weiss ich nicht. Vielleicht dann, wenn, dann später. Aber ansonsten spätestens Endurance Rennen am Sonntag, 15 Uhr. Richtig, Dave, oder? 15 Uhr geht's los. Jo. Ja. Und... Dankeschön, es hat Spaß gemacht. Und gut war ein gutes Rennen. Und sehr schöne, gute Zuschauer dabei zu haben. Danke fürs Zuschauen und bis später. Vielleicht. Danke fürs Zuschauen und bis später. Danke fürs Zuschauen und bis später.